Jetzt können wir auch nicht mehr. Jetzt ist es auch zu spät. Na dann erzähl du doch den Scheiß jetzt. Wir machen ein Streaming-Konzert am 14. August im Sommer. Wo ist ja egal, ihr müsst ja eh nicht hinkommen. Bei euch im Computer oder im Tablet. Du musst nur aus dem Bett raus, von der Couch runter, eine Tasse Kaffee und dann live dabei sein. Das ist wirklich live. Genau, wir spielen richtig live. Ganz live. Haben wir Kollegen Gene zu verdanken. Ja, ich bin schuld. Er ist schuld, wenn wir das alles verreißen. Dass wir jetzt einen Mörder-Aufwand betreiben müssen, dass wir das dann live kriegen. Aber? Genau. Aber wir haben heute schon mal geübt und das hätte man auch schlimmer. Hat schon schlimmer geklungen. Ja, genau. Wird klappen. Ja. 14. August. 14. August. Mit einer kleinen Überraschung. Das solltet ihr aus diesem Stammel mitnehmen. 14. August. Genau. Computer einschalten. Vorher nochmal Homepage gucken. Podcast hören. Dann sagen wir doch mal an. Es gibt ganz verschiedene... Es gibt verschiedene Songs. Also verschiedene Songs. Wir spielen auch verschiedene Songs. Genau. Nicht wie beim letzten Mal. Genau. Auch vom neuen Album ein paar. Ja, genau. Stimmt, ja. Und das wird toll. Das hoffen wir mal, ja. Wenn nicht, wissen wir das dann am 16. August. Aber ihr merkt euch den 14. August. Ach so. Wahnsinn, das ist doof. Ja, wohl. Ich helfe. So. In diesem Sinne. Genau. Streaming. Streaming, ja. going to. .: Snakeung, ja. There we go. geometry country. Don't they. Ah! We go. Bengal, ja.